Paul! 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 Paul, pack den Bademantel weg und komm her! Hast du schon wieder Teamkleidung bestellt bei Weiß? Nein, noch besser, ich habe die nicht bestellt, die haben wir bekommen. Weil Paul und ich sind jetzt offiziell Weißkopf Ambassadors und das bedeutet, wir sind die Markenbotschafter für Weiß. Pack das Paket aus! Deins! Juhu! Deins! Yeah! Auch deins! Yes! Meins! Nein! Doch! Auch meins! Müll für dich! Deins! Yeah! Handschuhe übrigens, überragend, die kann der Paul mal zeigen. Und wenn der Paul nämlich gerne mal einen Ball verliert, also dem einen oder anderen, haben wir noch ein bisschen Munition bekommen. Ja, das heißt, das sollte für die nächsten 18 noch vielleicht mal Paul reichen. Wenn ihr also... 18 Bälle! Genau für 18 noch! Wenn ihr also demnächst im Raum Heidelberg Weißgolfbälle im Haus findet, wisst ihr wer es war. In diesem Sinne, tschüss! Bis dann! Bis dann! Und vielen Dank! Bis dann! 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 Bis dann!